Mein Nachbarin kommt ja alles. Nach so lang kommt sie, bringt sie mir was mit, was ich kochen soll. Vom Markt. Kloppt sie immer am Fenster. Ich mach schon jetzt die Vorhänge immer zu. Ne, das reicht mir jetzt. Mal gucken, was er heute gebracht hat. Das ist ein Brokkoli. Guck mal, wie das aussieht. Das kann man essen. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich da damit machen soll. Ja, sag sie mal, Petra Roth, hast du schon mal Brokkoli gegessen? Ja, mach ich auch schon mal. Einfach heiß kochen. Und hat er geschmeckt? Ja. Ja, hier, weißt du was, Frau Roth? Nimmst du mit, komm. Komm, komm, komm. Komm, noch mal. Habt ihr das gesehen? Das glaub ich nicht. Probieren wir mal. Das kann man einfach so reinweisen. Es ist Tatsache, die Frau Roth ist das so. Das kann ich ja auch für die Hase mitnehmen, oder? Das ist gut, oder? Na ja, komm. Also gut, es tut mir leid, ich würd gern noch bleiben. Schön bei euch, schön bei euch. Aber ich muss mal gucken, was die Willi macht, gell? Schönen Abend, tschönen. Dankeschön. mentioned verwandeln von Arbeit,